Ich habe hier meinen Wasserkocher und ich möchte die Begriffe Leistung und Arbeit anhand dieses Wasserkochers erklären. Also mein Wasserkocher, das steht unten da drauf, kann man auch gucken, P ist, der hat eine ziemlich große Leistung, nämlich von 2000 Watt. Neben dem Herd wahrscheinlich das Gerät in meinem Haus, das die meiste Leistung verlangt. Und hier, der ist an der Steckdose angeschlossen, da habe ich U gleich 230 Volt. Und dann gibt es folgende Formel, P gleich U mal I. Also für den elektrischen Strom gilt, Spannung mal Stromstärke ist die Leistung. Also ich kenne ja meine Spannung und die Leistung und kann damit die Stromstärke berechnen. Mache ich jetzt mal, also I gleich P durch U gleich 2000 Watt durch 230 Volt. Und ich komme so auf ungefähr 8,7 Ampere, was viel ist. Also wenn ich jetzt an der Stelle den Mehrfachstecker mache und zwei, drei Wasserkocher gleichzeitig betreibe, fliege die Sicherung raus. Die Arbeit, es gilt ja immer, Leistung ist Arbeit pro Zeit. Also Leistung gleich Arbeit durch die Zeit. Das heißt also Arbeit ist Leistung mal die Zeit oder Arbeit, machen wir Arbeit. Arbeit ist U mal I mal T. Und wir haben wieder so ein paar schöne Formeln. Genau. Die Einheit der Arbeit, zurück. W hat die Einheit Watt, ja nix Watt, Joule. Ich komme mit W durcheinander. So, die Einheit Joule. Und die Energie hat auch die Einheit Joule. Energie ist gespeicherte Arbeit. Das heißt also für die Energie kann ich die gleichen Formeln nehmen, nämlich U mal I mal T oder P mal T. Wenn ich jetzt diesen Wasserkocher, der ist ja nach ein paar Minuten fertig, würde ich den eine ganze Stunde laufen lassen. Also T gleich eine Stunde. Dann habe ich zwei, also die Energie, also Arbeit ist Leistung 2000 Watt mal die Zeit, eine Stunde. 2000 Watt ist 2 Kilowatt, Kilo steht immer für 1000. Also dann hätte ich 2 Kilowatt mal die Stunde und das sind die berühmten Kilowattstunden. Ich wollte zeigen, also eine Kilowattstunde ist eine Energieeinheit. Eine Kilowattstunde kostet so etwa 30 Cent. Das ist eigentlich sehr preisgünstig. Das Dumme ist nur, es summiert sich, weil ständig irgendwas läuft. Genau. Andersrum, wenn ich die Kilowattstunde in Joule umrechnen möchte, also eine Kilowattstunde, das ist ja also 1000 mal Watt mal Stunde sind 60 mal 60 Sekunden. Und damit habe ich 1000 mal 3600 sind 3,6 Millionen Joule. Okay, also die Kilowattstunde ist eine Energie, wie sie in der Stromrechnung steht und Joule ist die Energieeinheit, mit der wir in der Physik immer rechnen. Weil aber 3,6 Millionen so umständlich ist, deswegen wird in der Stromrechnung eben die Kilowattstunde benutzt. Und mehr ist eigentlich nicht dabei.